Hast du Sound auf dem Kopfhörer? Ja, ich höre Sound auf dem Kopfhörer. Ich höre hier schon ordentlich Sound. Aber ich kriege hier oben die ganze Zeit so einen bekackten Hinweis. Jetzt bin ich auch weg. Ah ja, sehr gut. So, ich glaube... Muss man das extra bezahlen, dass Gino nicht mit einem Sport machen will? Ich höre dich aber nicht. Ich höre dich. Bist du in der Twitch-Chap drin? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ah, jetzt höre ich dich. Jetzt richtig. Ah, geil. Spielen die jetzt echt? Mist. Sofort 3.000 Zuschauer verloren. So, neues Spiel oder was müssen wir? Ich werde mit dir zusammen spielen. Ja, aber wir müssen erstmal ein Tutorial machen, glaube ich. Echt? Doch, hat Chad gesagt. Da, probiere den Koop-Modus aus, Alter. Ah, okay. Wo? Nee, das ist einfach nur Feature. Das ist einfach... Wir müssen auf ein neues Spiel. Oder? Wieso höre ich mich selbst hier eigentlich? Was soll das? Ach so. Okay, ich mach mal ein neues Spiel. Schwer. Äh, wir sind... Ich bin eine Frau. Ich bin ein Mann? Vielleicht bist du eine Frau, Punkt. Okay, cool. Hope County. Das ist wahrscheinlich das, was wir eh schon gespielt haben auf der Gamescom, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Also, es wird wahrscheinlich nicht so krass inszeniert sein, oder? Aber... Weiß ich nicht. Ich muss doch irgendwie das Tutorial skippen können. Ich will kein Tutorial spielen. Sonst spielen wir es superschnell durch. Mal gleich Challenge, wer schneller durch hat. Und du, bei dir ist es doch irgendwie alles schneller. Der Download. Oh. Sieht schon ganz gut aus, ne? Die Menschen haben viele Namen dafür. Das ist nur Trailer, aber... Für mich ist das... ...ein Zuhause. Find ich das? Ich hab mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute sind. Haben wirklich 200 Zuschauer verloren in dem Moment, wo das Spiel gestartet hat. Oh, oh, oh. Sollen wir gleich weiterreden. Verstehst du es nicht? Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Eigentlich wäre das ein Spiel für Matteo. Der ist doch so super religionsfeindlich. Stimmt. Bist du eigentlich religiös? Ich? Ne. Sagen wir mal, du müsstest eine Religion wählen. Welche würdest du nehmen? Modusmus. Aus Wissen oder jetzt so aus dem Bauch raus? Beides eigentlich. Wobei, der Daoismus ist auch ziemlich nice. Der Daoismus lässt sich wirklich viele frei halten. Ehrt die Alten. Und futscht nicht in deiner aktuellen... In einem aktuellen Leben rein. Es gibt halt super viele Religionen, von denen ich auch sage, ich kenne mich einfach nicht genug aus, um das beurteilen zu können. Also keine Ahnung, kann es sein, dass ich sage, Buddhismus, aber für mich ist das Judentum viel besser. Okay. Keine Ahnung. Also das wäre für mich jetzt auch schwer, wenn ich das sagen müsste. Wahrscheinlich auch erstmal Buddhistus. Es wirkt immer so nett. Auch wenn es nicht überall nett ist, das weiß ich. Es ist es wahrscheinlich nicht nett. Wahrscheinlich auch Frauen eben auch nicht sehen. Aber es ist in jeder Religion, glaube ich so. Außer vielleicht bei Rastafari. Sie haben kein Vertrauen. Sie haben kein Vertrauen. Rastafari? Ja. Das ist ne Religion. Ja, stimmt. Commander Raffi hat schon mit ein Twitch Prime Abonement geschlossen. Für drei Monate. Uah. Alter, der hat den gerade umgebracht. Scheiße. Weitschweifel. Ich muss bei dir schnell gucken. Das ist der Vater, ne? Hey, Rookie. Rookie. Du verschwindest nur zeitig. Alter, ich will der sein. Hä, ich will der mit dem geilen Schnurrbart sein. Wie viel lustiger. Ich hab ein bisschen Bock auf das Spiel. Ja. Auf Freiheit. Halt er denn ne Statue? Okay, alles klar. Und das Buch daran könnt ihr gewinnen übrigens. Look auf Joseph. Wir könnten einfach umkehren. Lastafari. Weißt du, was ziemlich kacke ist? Lastafari. Kacke. Ich muss mein Handy hier liegen lassen, weil wenn der Typ da ist, ruft der garantiert. Oh, stimmt. Wir müssen das unbedingt sehen. Ich muss also Ton anmachen. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal, manchmal ist es besser, es gut zu lassen. Jetzt steht hier. Ja nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grundscheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Besser. White House an Leitstelle. Over. Äh, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesenden, Nancy. Over. Roger Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, äh, unglücklicherweise, versuchen wir immer noch den Marshal zur Vernunft zu bringen. Over. Alles klar. Ihr habt Glück, dass ich mich da bin. Ich würde gerne rausgucken. Lass mich wissen, wenn es Probleme gibt es. Over. Verstanden. Over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen. Wir hätten die Peggys Angst. Fred. Warum nennt ihr sie immer Peggys? Warum nennt ihr sie immer Peggys? Ich bin eine Frau. P-E-G-E-G-P-E-G-Ys, so nennen sie die Einheimischen. P-E-G-Ys. Ey, der rechte Typ sieht aus wie der eine Typ aus dem Spiel mit den zwei Typen. Er meint, äh, Kaned Lynch. Oh, gut. Alter. Er sieht doch ein bisschen aus wie der Baker-Fader von Resident Evil, find ich. Stimmt. Oh man. Du ballern! Wirklich, ne? Das ist bei so vielen, ich muss ehrlich sagen, 90% der Zeit, wenn ich sowas sehe, denk ich ich will ballern! Ich weiß halt, wie das Ding inszeniert ist. Also ich hab halt schon Flugzeugabstürze und alles. Und ich weiß halt, dass hier richtig die Hölle los... Alter, der Flammenwerfer! Boah! Ey Gino, wir werden hier so aufräumen. Aber hoffentlich ist es nicht so, dass einer die ablenkt und der andere mit dem Flugzeug so bumm 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 bumm! Leitstelle! Bitte melden! Ja, Sheriff! Whitehorse! Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig auch die Nationalgarde. Over! Ist das Ingo Lenzen denn seit schlechten Jahren? Ist das nicht von Lenzen und Partner? Ingo Lenzen, wie gut! Ist das der oder das ist ein anderer? Ich kenn nur den einen Lenzen. Oder das ist Jean Pütz, wird hier auch vorgeschlagen. Texanischer Jean Pütz. Herzlich Willkommen in der Hobbythek! Los geht's! Geil. Okay. Wir spielen mit der Maus, oder? Äh, ja. Wie sonst? Controller anschließend. Ach so. Wer wird in der Kirche sein? Bleibt an mir dran! Wir sind also hier Sheriff? Was wollen wir hier? Ganz ruhig! Bleibt alle ganz ruhig! Halt einfach euer Ding, dass ihr geht! Okay, die gucken mich an. Mit sowas kriegst du mich nämlich. Wenn mich NPCs nicht angucken. Wie langsam man geht. Ach, die Box ist so laut. Warte. Oh, die Schließung, es geht da hinter uns. Hä? Hä? Wo läuft denn hier Sound? Hä? Wie ist das? Hier läuft doch 5-fach Sound! Box? Oder nicht? Ja, aber du hörst doch doppelt! Ach so. Wo ist das, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, klar. Okay, ich dachte, ich hör's irgendwie doppelt. Deswegen bin ich ganz alleine Zweifel gesucht. Okay, auf dein Arsch her, wenn du weißt, was gut für dich ist! Ja, ja. Oh, die Musik! Alter, wir sind alle voll wütend! Ey, ist er okay! Guck mal, er sieht auch aus wie so ein buddhistischer Mönch. Ich kann halt nur voll langsam laufen, du auch. Die Musik ist geil grad. Cosmol Chor. Ne, ist kein Cosmol Chor, ist immer Chor. Einfach keine Dummheiten. Spielst du auch auf schwer? Ja. Okay. Nicht, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Alter, Gene, wir werden das jetzt so wegrocken. Und ihr werdet zuhause alle sagen, warum... Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht? Das ist so aus. Spiel auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Alter. Dass wir auf den Abkommen zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Die Frise, Alter. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was uns lesen ist geschickt. Wenn ihr in einer Religion seid, oder irgendeiner anderen Gemeinschaft. Und... Die haben immer Waffen bei sich. Und erzählen euch, das ist, weil sie unterdrückt werden. Aber ihr schießt auf Leute, die keine Waffen haben. Nee. Da stimmt was nicht. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdraubenheit je wieder Schmerz zufügen. Ihr könnt keine Schwarzen mehr geben. Scheiß drauf. Joseph sieht. Ganz geil, dass da links und rechts Flats gehen. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Okay. Und treten sie vor. Und lassen die Hände da, wo ich sie sehen kann. Ist mega dumm, was sie da grad machen. Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Oh. Und sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Oh, Mann. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Ein Moment. Wenn ihr die Hand von der Waffe abwarten und ruhig bleiben. Ganz ruhig. Gott hat. Beruhigen wir uns. Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Wir sehen auf jeden Fall vielseitig aus, muss man sagen. Also das Design der Charaktere ist sehr vielseitig. Auch die. Joseph ist ja, was mir auf Anhieb auch irgendwie sympathisch. Ein guter Nut. Ja. Hab ich auch gedacht. Die Brille auch. Der ist im Jetzt und hier angekommen. Komm und sie treten sie vor. Und ich sah. Und sie. Das wäre so geil, wenn die an dir vorbeigehen und du drückst denen so einen Kuss aufs Ohr. Das wäre geil, wenn NPCs auf Sound reagieren würden. Und die Halle zog mit ihm ein Heer. Oh. Rookie. Leg den Mistkal Handschellen an. Jetzt explodiert es gleich draus. Gott wird das nicht zulassen. Okay, was mach ich? Okay, ich verhafte den jetzt. Manchmal ist es das Beste. Ich hab eben ein bisschen länger gebraucht. Es gut sein zu lassen. Wie geht denn das? Enter. Jetzt. Dürfte ich erst jetzt. Wie Gott wir das nicht zulassen. Ist doch schon passiert. Oh. Wir haben ihn jetzt. Ach, ich würd ballern, Alter. Ja, die erklären jetzt erstmal wie man geht. Ne. Ich bin doch schon gelaufen. Ich weiß schon wie es geht. Hä, ich bin hierher gelaufen. Ich weiß wie man geht. Gino, wusstest du, wenn du so machst? Ah, musst du ein. So. Wie es ausatmen wirklich? Ja, so ausatmen. Musst du beides machen. Hintereinander? Ja. Wie oft so am Tag? Kannst du auch mal ein bisschen mixen, wenn du Bock hast. Ja. Solltest du schon ein paar Mal am Tag machen. Ein paar Mal am Tag. Ich würd sagen, 13, 14 Mal die Minute ist schon cool. Ja. Ja. Das ist echt geil. Sehr, sehr nice, muss ich sagen. Far Cry-Height, ne? Das ist schon sehr cool. Auch ein schöner Tipp, wenn ihr in der Gemeinschaft seid, alle haben coole Sachen an. Nur ihr müsst alle die gleichen Shirts tragen und mehr arbeiten als die anderen. Alter, die haben ihn mit was beworfen. Egal, aber wir sind jetzt zum Hubschrauber. Alter, gehen die Rippen. Wow! Mann, das verliert leider ein bisschen früher. Ich hör dich immer nur so... Wow! Alter, die hängen am Hubschrauber, die Idioten. Die haben den halt richtig gern. What the fuck? Alter, er hat den erschossen. Sie hat ne Glatze. Okay. Und zwar war Schütz ab. Deshalb auch immer. Ist das dein Ernst? Ist gerade einer in den Rotor gekommen? Ich weiß nicht genau, was er... Doch, er ist hochgeklettert und das hat... ...gemacht. Hauke, was ist mit gleichen Kopfbedeckung? Mit Bommelmützen ist doch alles cool, oder? Ja, klar war ja. In irgendeinem Truppseiten, alle müssen Bommelmützen tragen. Das ist cool. Macht doch keinen Kopf. Wie liegt der oder chillt der? Okay, wir hängen. Kopfüber. Ach so. Der Sektenmann ist weg. Ja. Gott hat es nicht zugelassen, dass wir ihn mitnehmen. Gott hat ganz schön komische moralische Maßstäbe, was ich sage. Gott hat keine Moral. Alter, was geht mit ihm, ey? Der hält mich fest? Gott wollte nicht, dass er mitgeht. Jemand klettert in den Rotor. Da ist er doch. Over. Okay. Lass mich bitte los. Er hält mich auch nur fest und ich kann seine Nippel anklotzen. Bitte. Hört mich denn keiner? Ist da jemand? Bitte. Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Ich habe es verstanden, Alter. Bitte. Was? 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 Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gemessen. What? Niemand kommt, um euch zu retten. Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Ich denke nicht, dass sie getötet wird. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die... Die Noten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen alles hier. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen so weiter. Oh, ich kann nicht. Oh, ich kann nicht. Oh, ich kann nicht. Fuck. Alter! Oh, scheiße! So, sofort raus hier! Komm schon! Flieh! Flieh! Warum lässt er uns zurück? Wir müssen zurück! Ziehen, du Depp! So! Alter! Muss ich jetzt weglaufen? Alter, ich wurde schon getroffen! Ich lauf links! Es geht! Alter, das sieht geil aus. Alter, ich glaub, es kommen Hunde. Alter! Lauf! Lauf! Ich bin unter Wasser. Oh, hier ist eine Hütte. Hunde können nicht unter Wasser. Außer vernietliche Fotos für Kalender. Der Entdeckungsplatz sei gefüllt sich, wenn Gegner bemerkt haben. Wenn sie voll ist, okay. Was ist das? Da ist ein Haus. Es wird Takedown. Oh, das sind Leute. Ist die Frage, soll ich da hingehen? Ja, müssen wir. Ich bin nicht sicher. Anschleichen wir. Oder mach mal vielleicht was anderes. Ach so. Okay. Ja, ich... Okay. Schön anschleichen. Und dann mit F und Takedown. Ja, warum kann ich mich nicht ducken? Auf C. Auf C natürlich, weil es auf S, D, L, G, in allen anderen Spielen cool ist. Es ist seit kurzem irgendwie, seit einer Weile immer C. Aber ich find's voll nervig. Im Kausch. Was ist das? Was macht das? Okay. Schläft der? What the fuck? Wie mach ich das wieder weg? Fuck, wie hab ich das gemacht? Ach so. Ach so. Kann ich ihn looten? Oh, geil. Ich mach nen Takedown. Boom! Bam! Oh, Plünderndach. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn schon geplündert hab. Körper bewegen. Ah, okay. Ich muss ihn natürlich verstecken. Hab ich jetzt die Waffe genommen? Ne. Ich schmeiß ihn da runter. Okay, ich hab ne Knarre. Äh, obwohl ne. So, Alter. Viel Glück da unten. Hä, fall da runter! Los! Da schön in den Busch rein. Er fällt nicht runter. Da sieht kein Schwein, dass der da liegt. Das ist unmöglich, das zu sehen. Unmöglich. Daniel ist jetzt unterwegs, okay. Hä? Ich wollte in das Fenster klettern, nicht auf das Dach. Ist hier drin noch irgendwer? Hä? Warum bin ich jetzt... Viel Scheiß auf das Haus. Ah, hier. Okay, Plündern. Okay. Pistolenmunition, alles klar. Pistolenmunition hab ich genug. Was kann ich hier nehmen? Ach, hier. Habe ich hier Medizin oder? Ach hier. Baseball? Hallo? Hallo? Ja, kannst du ein bisschen leiser funken. Michael Pickard hat echt andere Probleme. Guck mal, ich hab nen Rucksack. Echt? Oh, ich hab den Rucksack gehauen aus Versehen. Draußen? Falls da draußen noch jemand ist. Falls noch jemand lebt. Ne, keine Ruhe. Tot. Tot. Wo? Tot nicht? Muss ich jetzt wieder abhauen oder? Schnell weg. Na ja, müssen wir jetzt irgendwo hin? Haben wir ein Objective oder bleiben wir? Ja, wenn du das... Du musst dann zu so einem Turm und danach ist hier so ein Haus irgendwie. Da steht Triff. Okay. Hä? Da hinter dem Haus. Jetzt quasi schräg in die Richtung. Genau. Da siehst du so einen Turm. Ah, okay. Ach, ah, ich bin mal der Gott. Rookie... Mir leid. Ich dachte, dich wär zerwischt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Er sichert den Raum, Rookie. Sicher den Raum? Das war voll das niedliche Schlafzimmer. Oh Herrgott, ich hatte ja keine Ahnung. Fuck. Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden Einzelnen. Verdammt, der Psychopath. Ich muss mal silenzieren hier. Oh oh. Wir werden hier rauskommen. Okay, die haben mich erwischt. Aber zuerst überwaffnen wir uns. Hier. Alles klar, wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher. Dann kann ich ewig sprinten, aber... Du bist jetzt auch bei dem Ausdruck. Oh fuck. Komm. Alter, ich hab ne Dumpka. Alter, wisst ihr, wer jetzt richtig dran ist? Alter, das ist ein Maschinengewehr. Ich hab die Truck-Schlüssel. Gib mir Deckung. Ich hab die Truck-Schlüssel. Komm ich hier nicht raus. Doch. Scheiße. Okay. Was ist denn? Geale Waffe, Mann. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh Gott, ich bin tot. Den hab ich nicht gesehen hinter dem Auto. Ich kann auch... Man kann F drücken. Im Nahkampf auch. Ja. Für den Take-Down, ne? Also völlig verdient gestorben. Ja. Ich hau immer alles, wenn ich immer mit F einsteigen will. Ich hau immer dagegen. Ok, man muss nur einmal drücken, ich dachte, ich muss gedrückt halten. Ich bin ein Jäger. Wie ich es nachts habe? Geil. Fuck. Ok, gib dir Deckung. Alter, was geht hier ab? Kann man nicht den Fahrer erschießen? Oh, echt? Komm mal da rein. Nee. Schnell! Was macht der denn? Warum wirft der denn nicht? Warte, hab ich den Stock? Ich raff's nicht. Wie wähle ich denn das Dynamit jetzt aus? Ich verstehe nicht, wie ich das Dynamit habe, leider. Aber ich glaube, es ist gleich vorbei bei mir. Ich verstehe nicht, wie ich das Dynamit auswähle. Ok, ich bin gleich da. Also stattdessen, nur nimm das Dynamit. Und dann habe ich es genommen und ich weiß nicht, ob ich es dann in der Hand hatte? Oder? Den machst du auf jeden Fall besser als ich. Oh, fuck. Was, von hier nochmal? Ey, leck mich alle am Arsch, ey. Ok, warte. Ich schieße. Wo ist die Kiste Dynamit? E? Ja, irgendwie E und dann weiß ich nicht, ob man die hat oder... Ach da, drücke mittlere Maustaste zum Werfen. Ah, jetzt habe ich es geworfen. Ok, ich habe keine Energie mehr. Ja und jetzt? Alles klar, ich bin gestorben. Aber das Dynamit ist hochgegangen, glaube ich. Ok. Ok. Also E auswählen und dann mit mittlerer Maustaste werfen. Geh wieder rein! Also man muss nicht Leertaste gedrückt halten, sondern einmal drücken. Für raus und einmal irgendwie dazu. Boah, da wieder. Ich bin einfach super schlecht, ich treffe gar nichts, glaube ich. Ja, genau so. Jetzt kommt die Fischlinge. Okay, Mann. Bumm! Schon wieder tot. Ja? Bin zu schlecht. Ja. Ey, du da auch, oder? Ja. Ist auch nochmal. Ok, ok. Ja, wir sind noch nicht im Koop, Freunde. Wir müssen noch warten, leider. Wir müssen irgendwie das Tutorial scheinbar erst spielen. Er stellt sich aber auch an. Nee, nee, Freunde. Vertraut mir, spielt das mal selber. Also ich bin wirklich nicht dumm sonst und schlecht in Shootern. Es ist nicht so easy, wie es aussieht. Weil die treffen einen halt auch die ganze Zeit, wenn man drinnen ist. Also ich lehn mich jetzt zum Beispiel nicht raus gerade. Ich bin halt im Auto. So ist drinnen. Und wenn du nach hinten guckst, bist du draußen. Oh, ich bin schon wieder tot. Fuck! Ohne dich wäre ich tot. Schenkt einem nicht so richtig was das Spiel, ne? Aber ich versteh nicht, wenn man drinnen ist, wie man da getroffen wird. Wenn du nach hinten guckst, bist du irgendwie nicht drinnen. Ich versteh es auch nicht so richtig. Oh je. Komm, jetzt schaffen wir es. Alter, verbinde ich jetzt mit dem, vor du wieder einen Schuss kassierst. Ach, die Nancy, unsere... unser V... V-Mann war auch... Was, das war nicht? Das war es eh schon wieder bei mir. Willst du Hilfe kommen? Nein, das war es schon wieder bei mir. Das Dynamit nicht getroffen, wie ich sollte. Drei, vier... Oh Gott! Oh! Nein! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Das ist verdammt das Flugzeug, das auf mich schießt. Wollen wir es? Oh Gott! Ich muss mich voll konzentrieren! Geh wieder rein! Oh Gott! Lebe ich noch? Oh fuck! Ich hab keine Selfie mehr! Alter, alles explodiert, Tino! Alles explodiert! Kühe! Es sind Kühe! Oh nein, ich bin tot! Ich hab so viel Dynamit geworfen! Ich hab so viel Dynamit geworfen! Oh, gut Haukel! Komm schon! Ich bin tot! Oh fuck! Das würde ich sehr wundern, wenn ich es überlebe. Lebe ich?! Sehr gut! Alter! Uiuiuiui!! Man kann aber nicht viel reden, während sowas hier abläuft! Ich hoffe das vom Koop bisschen geiler! Na gut, das ist auch hart! Ja! Ich habe auch, manche haben auf mich geschossen. Übrigens muss einfach bei sowas, bleib einfach im Auto. Echt? Ja, ich bin einfach im Auto geblieben, kriegst viel weniger Schaden. Dann treffen die von hinten, das ist nur gefährlich. Also da auf die habe ich geschossen die ganze Zeit. Und ich schieße immer auf den Fahrer, weil irgendwann hast du, du triffst einen. Guck, bumm, jetzt hol dich aber gleich der Nächste. Ich mach er selber. Verbind dich schnell, Dino, verbind dich schnell! Okay. Erste Hilfe, erste Hilfe? Was haben die nicht doch? Och. Ich schaff's doch schon wieder. Ich hab's auch nur mit Glück geschafft. Wo bist du da jetzt? Achso, die haben mich aus dem Wasser gezogen. Und jetzt bin ich in einem Dreckschuppen, glaub ich. Auf einer Leiter, ich bin an einer Leiter. Ne, ein Gestell, ich glaub es ist ein Gestell. Oder ein Stuhl? Ein Bettgestell. Ihr seid meine Kinder. Und gemeinsam marschieren wir zu den Toren von Eden. Ja. Weißt du, was das bedeutet? Nein. Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Jetzt auf das Auto schießen. Diese verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt. Perfekt. Einfach drinbleiben. Gleich ins Wasser. Nachladen. Und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Jetzt kriegst du Dynamit. Du kannst es auch in der Hand behalten, wenn du die mittlere Maustaste gedrückt hältst. Dann kannst du es in deiner Hand so vorkochen. Boah, ich bin drinnen wieder geschraubt. Oh shit. Scheiße, man muss geschraubt. Pricking bad Lehrer. Scheiße. Der heißt Heisenberg. Geht ins Auto? Ja. Ich will mal verstecken, sonst steht es nicht auf mich. Treff dich doch eh nicht. Hat mich befreit. Raus aus der Uniform. Die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Oh, es klingelt. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Oh, klingelt das? Wir können ja bei dir bleiben, weil es ist ja eine Zwischensequenz glaube ich, oder? Ja. Okay. Erste Hilfe-Kit nehmen. Auf dem Fahrer schießen. Okay. Erste Hilfe-Kit nehmen. Auf dem Fahrer schießen. Dann klingel komm. Oh, erst der Hilfe-Kit. Oh jetzt muss ich gleich Dynamit machen. Fuck. Och, nein. Och, Leute. Ich verstecke das im Dynamit, immer. Man muss zuerst das Dynamit nehmen und dann mit der mittleren Maustaste die Dinger werfen. Und ich vercheck das. Ich vercheck das einfach. Mehr ballern. Ja, da habt ihr recht. Ich muss aber mehr ballern. Ich glaube, dass sie mit dem Auto bleiben ist nicht das geilste, weil die einen trotzdem treffen. Egal ob ich mich aus dem Auto lehne oder nicht. Jetzt habe ich es, okay? Jetzt habe ich es. Das Dynamit. Du kannst viel früher das Dynamit nehmen. Echt? Wie das denn? Nee, erst wenn er mir sagt Dynamit, oder? Weil die Autos hinter mir nerven schon echt ein bisschen. Early Es ist zuhilfe, schnell. Liegt's hier runter. Bitte! Wo kann ich denn jetzt? Kann ich jetzt schon Dynamit nehmen? Erste Hilfe. Please, erste Hilfe, schnell. So, wo kann ich hier Dynamit nehmen? Kann ich nicht. Ah, hier. Dynamit. Dinein lehnen. Erste Hilfe habe ich nicht mehr. Dynamit. Dynamit. Oh. Wieso können die denn mich... Wieso können die mich dann treffen? Wieso können die mich dann treffen? Nimm das Gino Meat. Gino Meat. Okay, jetzt langsam muss das mal klappen, ne? Aufgewartet. Nein. So, bei dir geht es genau. Ach, wechsel die Kleidung. Mach ich. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Wissen nicht, den wir trauen können. Ach, guck mal. Jetzt können wir mal Charakter bauen. Ach, dann. Ab dann können wir da noch spielen. Das heißt, ich muss das jetzt noch schaffen. Oh nein. Wir haben die Straßen blockiert. Die ist doch cool. Die wollen wir sein. Also, ein bisschen gesunden Ton. Oh. Alter, was muss ich alles aussuchen? Voll kompliziert. Achso, okay. Ich habe meinen Charakter gebaut. Ja? Ja, so sehe ich aus. Oh, ich habe es fast geschafft, ne? Ja, so. Oh, du bist ja fresh. Regie, auf meine Sicht. Bitte. So, das bin ich. Da ist mir jetzt ein fresher Undercut gegeben. Endgültig. Ach, was? Jetzt können wir noch Klamotten auswählen. Kann man neue kaufen? Keine Ahnung. Vielleicht haben wir Premium-Shit. Achso, weil wir die Gold-Edition haben, ne? Kann sein. Oder sowas? Komm, ich finde so einen Helm, der ist mal gut. Das ist ein guter Einstieg. Die Hose ist allerdings ziemlich ein Albtraum. Sehen die, was sagt denn ihr? Hier so eine schmuddelige Jeans ist auch nicht so dolle, ne? Nehmen wir jetzt mal die. So, jetzt habe ich Sorge. So, so müssen wir die auswählen. Okay, zurück. Kopfbedeckung wollen wir nicht. Wenn wir die zurück auswählen, ach ne, zurück bestätigen. Ah, ich habe mich schon angezogen. Das war es schon. Wir können es ja später nochmal umziehen. Oh, ah. Gut. Oh, ich kann jetzt Hilfe mehr. Ach, wieder leise. Leise, laut hier. Okay. Oh, man, ich war bei der Brücke schon. Ich schaff das heute nicht mehr. Okay, das haben wir jetzt gehört. Hat jemand gerufen. Oh, da gibt es aber Zeug. Guck mal, voll die Werkstatt. Sogar Waffen. Oh, man, ich will da auch hin. Was ist das? Okay, sollen wir, äh, Chad, was sagt denn hier? Soll ich die Story vorlesen oder wollen wir die Story ignorieren? Soll ich das machen? Was denn? Soll ich das machen? Warte, ich mache das jetzt. Das Dynamit abkochen. Ignorieren. Froggers sagt, ignorieren. Danke, Froggers. Du gibst mir immer Rückendeckung, wenn es an coole Sachen geht. Ignorieren, ignorieren. Nee, nee, nee. Ignorieren, ignorieren. Okay, ignorieren, sagen die meisten. Okay, ignorieren wir. Okay, haben alles gelootet. Weiter geht's. Okay, zu ihm wollen wir dann erstmal umgucken. Es könnte ja noch Loot geben. Ah, geil. Pistolenmunition gefunden. Hat sich schon gedohnt, hier rumzuschauen. Ich will sich nicht beruhigen. Nee, sorry. Ich habe eine Schaufel. Alter, okay. Der Typ kriegt es gleich. Wer uns gezwungen hat, uns anzuziehen. Ein Rohr. Wo geht es hier hin? Willst du raus? Oh, man hört Vögel. Ich will raus. Okay, den Typen machen wir plan. Oh, ich habe es doch. Da war niemand hinter mir, aber wieso bin ich da jetzt gestorben? Hä, wieso ist mein Rohr weg? Hä? Wieso ist es weg? Ach so, man kann das hier nicht benutzen, damit wir ihn nicht umhauen können. Ich wollte gerade sagen, heute bei dummen Ideen. Ich schaffe das jetzt auch. Du sollst das Rohr verlegen, wird hier geschrieben. Alles klar. Ach, der ist nett, der Dutch. Das rauf ich jetzt erst. Gut, dann soll man... Okay. Ich habe gerade Kuh gedrückt, Typ. Ich war hier gerade am Ausprobieren. Okay, Kuh. Guck mal, hier. Bin ich jetzt noch im Tutorial-Chat, oder bin ich jetzt raus? Ja, ich glaube, das Spiel zeigt einem an, wenn wir was machen können. Muss dringend was machen. Und zwar... Sorry, aber das mit dem... Wenn ich mich hinhocke, das muss bei mir C sein. Also es muss... Dann können wir das erste Hilfeset zuweisen. Wo ist das? Da. Irgendwo auf C. Fertig. Sollten alle vergeben, oder? Ja. Achso, warte. Was, Z fehlt? Achso, nee, doch nicht. Sch-sch-sch-schel-schel. Einige Aktionen. Wo ist denn was nicht zugewiesen? Ach, die Taste C geht nicht wahrscheinlich, ne? Die darf ich nicht benutzen. Boah, Flugzeug. Zurücksetzen, okay. Oh Mann, ich will aber... Warte, wir nehmen einfach eine absurde Taste. Okay. So, und dann hier unten. Das müsste doch gehen, oder? Ja. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Oh. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du... Was, Flugzeug! Oh, shit. Du kannst das Eigentum von Edens Gate zerstören. Kannst du dich noch heilen? Nee, ich hab leider nichts mehr. Scheiße. Allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nehmen Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg nehmen. Oh. Bist du rausgegangen? Nein, ich bin nicht rausgegangen. Die haben mich drinnen getroffen. Scheiße. Die haben mich wirklich drinnen getroffen. Weil wir auch keine Scheibe mehr haben. Okay. Oh, fuck. Jetzt muss ich wieder von vorne, ne? Für mich ist Option 1 und 2 das Beste. Was ist das? Sachen zerstören und Leute befreien. Oh, geil. Oh nein, das muss ich wirklich von da wieder. Oh, mag. Okay. Ich glaube, es ist egal, ob man sich rauslehnt oder nicht. Bist du sicher, dass... Das ist doch nicht mehr Tutorial hier, oder? Was hat der Chat jetzt gesagt? Korb geht erst später. Wird angezeigt, irgendwie. Alter, wie weit muss ich denn spielen, bis das geht? Oder? Oder erst, wenn ich es geschafft habe oder so? Jetzt fragt das wieder welche. Alter, du tötest den nicht. So, ihr Noobs. Tap, tap. Ende. Kein Problem, Alter, mach ich. Ich hab auch ein Pfeil gefunden. Wurfgeschoss. Wo hab ich denn? Wurfgeschoss. Hab ich doch gar nicht gefunden, oder? Es geht nichts über ein bisschen Wasserarbeit. Ach, Splindern. Kein Mensch braucht Anleitungen. Was ist das? Die hab ich schon, oder was? Ja. Was? Was hab ich wieder? So wenig Energie nur. Alter, Tino, ich hab grad so souverän mit zwei Schuss zwei Leute ausgenommen. Wirklich? Ja. Ich geschafft das nicht, Hauke. Soll ich das machen? Einmal probier's noch. Aber du bist denn, das ist kein Tutorial mehr, was du machst, oder? Ich hab Senf gefunden. Doch. Ja? Glaub schon, ja. Ich will nicht schwimmen, oder? Soll ich schwimmen? So weit weg. Die Brücke. Geschwimmen. Okay, achso. Ach. Ich bin auch doof. Das ist der Punkt. Da oben, der Diamant. Das ist der Mission Point. Okay. Freie die Dutch-Insel. Mach ich. Du weißt aber, dass du auf die Fässer und so schießen kannst, ne? Okay. Okay, hier, guck mal, Freunde. Ich hatte gesagt, geiler Tag, um draußen zu pumpen. Weniger Medkip. Wir sind noch damals, als ihr alle tot wart. Jetzt bildet ihr das jetzt von selbst? War's das schon? Ich hab einen Stock. Wir müssen noch mehr drauf schießen, was? Oh, wieso treffen die mich denn die ganze Zeit im Auto? Was ist das? Nightshow? Okay. Die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, würden wir vielleicht später mit der Waffe zu sein. Was? Ich muss machen, oder was? Ich glaub das nicht. Oh, da kann ich hier auf Mittel stellen, statt auf Hard? Oder geht wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ach da, dem soll ich helfen. Warte, erst mal mal mit dir hier fertig. Kann ich hier irgendwas umstellen? Oh, warte. Nee, wir helfen erst den Typen. Das ist, glaub ich, wichtiger. Ja. Es tut mir leid, ich stell den Arm auf Mittel. Da sind sie. Hey, hör mal auf damit! Das ist sonst zu schwer. Ich bin zu blöd dafür. Mal gucken, ob's jetzt klappt. Ach, den kann man noch looten, ne? Die, die dich kriegen konnten, du warst hier angebunden, Kumpel. Hab ich angeheuert. Folgt der mir jetzt, oder was? Naja, der Körper war jetzt ein bisschen übertrieben, Kumpel. Ah, kommt jetzt mit. Okay, ich hab jetzt nen Kumpel. Hier, Leute, oder gibt's hier Free-Loot? Wie Schlüssel benötigt. Nix da. Ich konnte auch gerade interagieren damit. Blut, Blut, Blut. Ein Paddel. Was macht er da draußen? Schmö Übung. Ah, da ist der Schlüssel. Oh. Oh. Unterwegs. Deck mich. Soll ich helfen, Gino? Einmal mach ich's noch. Okay? Okay. Sonst kommen wir heute gar nicht mehr zum Chor. Ja, ist wirklich so. Solltest du für Dynamit niedriger schmeißen. Einmal mach ich's noch. Und dann nie wieder. Ich finde einen Weg ins Bootshaus. Ich war doch schon im Bootshaus. Ich hab hier nichts gefunden gefühlt irgendwie. Frisch ein Geld. Sollte das so sein? Ach, da muss ich rein, oder was? Hm. Quatsch. Wartet, Freunde, wartet. Ich hab's noch nicht. Haha. Überhaupt kein Problem. Alter. Guck mal, Gino. Ich werd sowas von nur Bogen spielen. Ich nehm'n Bogen. Nur. Ich bin blind. Okay, und jetzt? Da, 170 Meter. Boah, ich bin halt wieder schon fast down, obwohl ich hier im Auto bin. Jetzt kommt das Flugzeug. So, die machen wir jetzt sneaky platt hier, die Boys. Oh, Fauke, du musst das für mich machen. Ich schaff das nicht mehr in meinem Leben. Oh, fuck, ist das schwer, damit zu schießen. Bis noch damals, als ich einen Pfeil um Bogen platt gemacht hab. Du bist ein Pfeil im Bogen und ich bin auf dem Auto schweigelt. War nicht so gut, ehrlich gesagt. Die Forschungsstation ist geäußert. Was, klar? Film da nicht. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt. Die Päckchen kommen wieder in der Beschäftigung. Okay, wie? Ich dachte, ich soll jetzt. Sieh dich um. Mach die Leute mit einem Pfeil im Bogen platt. Ich üb das Tutorial. Wenn ich sterbe, dann aber was würde. Jetzt full Fokus. Okay. Alter, ich hab dich befreit. Mach dir keinen Kopf. Was hier? Wie nehmen? Ach, Geld. Was hier nehmen? Nehmen. Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Haha, sehr lustig. Jetzt legt das weg. Ach so, sorry. Ich hab nicht auf dich gezielt. Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Habe ich alle Pfeile wieder aufgesammelt? Bin mir nicht sicher. Ich dachte, ich hätte hier noch irgendwo einen. Ach nee, da. Warte. Da vorne. Hier hab ich doch auch noch einen erschossen. Da. Blündern. Ah, Fernzündungsladung. Sehr gut. Ist hier noch irgendwas Dolles? Ah, da ist ein Pfeil. Ach, ich hab auch mal daneben geschossen. Stimmt. Guck mal, Tino. Du kannst mir den Ding anwerfen. Alter, ich töte jetzt einen mit dem Basie. Alter, wir haben schon uncoole Sachen. Du musst es jetzt für mich machen. Du musst es jetzt einmal für mich machen. Gib her. Du schaust das. Ich weiß nicht. Ich hab es auch nur mit Glück. Ich hab es auch nicht geschafft, ehrlich gesagt. Also ich glaub nicht, dass ich es jetzt sofort auf Anhieb stampfe. Ich bin zu schlecht dafür. Fuck, ist hier schon los? Alter, 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 alter. Ihr kriegt das nicht hin. Sag mal, please. Hast du, komm. Ja, komm. So, Papa macht das jetzt. Ich versuch's. Ich bin, äh, ich hab das auch nicht. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wen wir trauen. Wir müssen nicht so weit wäre. Oh nein. Oh nein. Wir haben die Straßen blockiert. Hinter uns, fahr! Rett uns vom Hals! Scheibescheiße! Gut. So geht's weiter. Hör her, hinter uns! Hä? Hä, ich dachte ich treff. Okay, jetzt noch mal. Scheiße. Oh Mann ey, das ist jetzt auch ne Kopfsache. Wir schaffen das schon, ich hab auch 3-4 Mal gebraucht. Das ist halt Glück. Ja, ich schaff das. Ich find ehrlich gesagt, das normale Spiel viel einfacher. Ey, warum? Ich hör mich natürlich auf deinen. Ja, ja. Okay, jetzt geht's los. Blöde Asis ey. Na los du Otto! Überfahr' den doch! Ne, macht er nie. Alles muss man selber machen. Ich find ehrlich gesagt, das hier ist für mich die schwerste Stelle. Hier am Anfang, weil ich dann nicht so schnell die Leute treffe. Ja, aber hast du hier schon einen krassen Schüssel gemacht? Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, dem wir trauen können. Kann man jetzt hier die Scheibe schließen? Ja. Oh nein. Oh nein. Ich hab aber nicht direkt in die Stabilität. Oh nein. Festhalten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Dahin ich will Dynamit werfen. Nice. Nice! Oh, schön gezielt. Oh, ich geh rein! Achtung, Achtung! Vom Flugzeug. Vielleicht hab ich mich verdrückt hier, was wir sehen. Ich drück immer STRG, wenn ich ins Auto will. Sag mir nicht, die haben Luftunterstützung! Boah, kann man die runterholen? Ah, scheiße, scheiße, scheiße! Kannst du versuchen. Heilige Scheiße! Guter Schuss! Davon! Guter Schuss! Boah! Für mich ist das eine Achtung! Oh, Sö, Sö! Oh, Sö, 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 Ehe! Wann ich dich auchh? Yes! Ich glaube wir haben's. Geil! Jetzt hast du's. Ich sieh grad, hast du's. Fuck, fuck, fuck! Ich hab's nicht. Oh, komm! Letzter Millimeter! Ja, van! Was... Oh nice. Gini schön gemacht. Wieviel니 Dank. Eieieii, das ist auch das Tutorial! Wie viel undertake! Oh fuck, hey! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiiii Und das war schon normal, also das war auch normal. Wie hast du's am hard geschafft? Keine Ahnung. Mit ne Menge Glück So, und jetzt werfen wir jemandem Basic an die Bärne! Geil. Können wir jetzt zusammenspielen? Gleich. Ich bin auch noch nicht so weit. Man muss jetzt, glaube ich, diese Insel noch clearn und dann geht's vielleicht. Ich muss jetzt hier 119 Meter stratzen und dann werfe ich dem was an den Latz, dem einen. Wie habe ich nochmal geworfen? So, ne? Sehr gut, Gino. Was ist Mili? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Oh, nee, das will ich wieder einsammeln. Komm zurück. Was ist Mili? Ach, fünf. Das wird so witzig, weil ich gar nicht wirklich einen Basie an den Kopf werfe. Die Autofahrt war kein Tutorial, doch. Das gehört doch dazu. Doch. Da sind welche. Okay, pass auf, pass auf. Gino, guck. Schade. Schade. Boom. Nice. Nice. Alter. Ja, versuch mal. Fuck, was mach ich? Was mach ich denn? Ey. Ich muss die ganze Feindleger wieder einsammeln. Was macht die? Hallo? Äh, okay. Okay. So. Nice. Mein Kram wieder einsammeln. Nicht Ende! Meine ganzen Feile! Achso. Ich glaube, dann können wir überhaupt... Ich hab so schlecht geschossen, aber leider bin ich ein Feind von der Busten. Die Mucke ist so geil, ey. Die Mucke ist richtig. So, kann ich jetzt meine Feile bitte wieder einsammeln? Ich hab ein paar verschossen vielleicht. Nee. Die sind weg. Die Leichen auch. Ich hab so gut wie keine Feile jetzt mehr. Die glauben weg. Alter, hast du meine Feile? Und dann ist Open World oder was? Alter, ich bin richtig sauer. Die sind alle weg. Hast du null Feile mehr? Ja, weil ich so viele verschossen habe und die Leichen sind Discord. Ich durfte die nicht looten. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Sogar mein Basie ist weg. Okay, das ist es. Das ist der neue Feile. Guck mal hier. Oh, was? Die Schaufel, Alter. Scheiß auf Feile. Okay, so. Was muss ich jetzt hier machen? Kann ich jetzt Koop spielen, Freunde? Einladen oder so? Wahrscheinlich muss ich das auch machen und dann erst wird das angezeigt. Kollaps. Triggered. Kollaps. Okay, da muss ich hin. Okay, fuck it. Wir holen uns neue Feile. Waa? Schaufel und Bogen. Ja, Schaufel und Bogen. Those are my weapons. Okay, den müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen sneaky machen, den Posten. Nach dem Ton. Uns fehlt ein wenig das Weaponry. Okay, lass uns das gerade biegen. Okay. Okay. Dann gibt's nochmal Loot. Ich will da rein. Aber ich soll auf den Turm, ne? Nee, du musst erst die Insel komplett befreien. Okay, mach ich gerade. Ich weiß, was du denkst, aber nein. Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge. Passt doch mal auf der Schraube. Alter, wie krass wäre, wenn da unten jetzt einer wäre, wenn ich von hier oben den bewerfen würde. Okay, ist das richtig, Seilrutschen benutzen? Ich soll jetzt mal das wahrscheinlich machen, ne? 675 Well-Plates hab ich bekommen. Was ist das? Das ist vom Spiel, oder was? Das ist ein WP, wahrscheinlich irgendwas Point. Vom Spiel, oder? Geh einfach mal direkt zu ihm. Es ist einfach echt alles andere egal. Renn einfach direkt zu ihm. Schauen wir uns mal das große Ganze an. Zoom aus deiner Karte raus, damit wir das gesamte County sehen. Haupt County ist in drei Regionen unterteilt. Im Norden sind die Whitetail Mountains. Dort hat Jacob Seed das Sagen. Der älteste Bruder dieser Scheißseppe. Okay, der ist verstanden. Ist jetzt egal. Wir sind bald nicht zusammen gut im Klimasertruf. Hast du mit ihm geredet? Ja. War geil. Hast du deine Waffe genommen? Ja. Geil, jetzt kannst du raus. Du bist falsch gelaufen. Links. Rechts. Komplett durch. Rechts. Und dann links. Dann bist du da. Und ich glaube, ich kann jetzt Co-op machen. Hier ist die Schaufel. So, geradeaus sind schon mal zwei Autos. Kannst direkt wegballern. Ach, scheiße. Der Beauty. Ich krieg da gerade was Neues aus dem Holland Valley rein. Stachel-Lattos. Eine Übertragung von John. Das muss zu lehnen. Ich bin nicht festgefroren. Und ich hab nur einen rein. Oh. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Double Sound. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Hast du deinen Schar schon gebaut? Mhm. Ach, hab ich auch nicht gesehen. Schade. Ich guck dich gleich an. Ja, wir sehen uns ja gleich. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Verkleid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert. Oh Mann, ich will ballern. Ich will Schaufeln werfen und Pfeile ballern. Das macht Spaß. Ja, und Schaufeln werfen, auch wichtig. Darf man auch nicht vergessen. Yes. Yes ist ein Slogan. Yes. Oh Gott, die kennen wir doch. Ja. Ich bin ein Sünder. Ja. Ich möchte befreit werden. Okay, Mann. Ja. Ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekämmt. Eure Sünden. Und es wird euch eine Busse aufnehmen. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Idans Gate. Okay, los geht's. Yes, zu ballern. Das wäre geil. Ey, das wäre meine Religion. Ballern jetzt. Du musst sie da rausholen. Alter, von hier eine Schaufel in diesen Tank da hinten. Okay, ich muss sie da rausholen. Jetzt, sagt er. Wo müssen wir hin? Wir sind hier, also müssen wir nach Norden. Ach, da ist der Weg. Okay. Ich bin bedrückt, dass die Menschen dort im Blisten verkaufen. Also müssen wir da lang. Richtig? Ja, ich muss ihn liegen. Egal, kann auch die nehmen. Schade. Gibt's hier irgendwas in dem LKW? Muss ich mit dem reden, oder was? Gibt's hier irgendwas? In dem LKW gibt's doch was. Was war das? Ach, da. Oh, auch nicht schlecht. Aber die Schaufel ist besser. Was hab ich da gefunden? Ich hab's nicht gesehen, ehrlich gesagt. Wie? Zeug. Bin jetzt am Wasser, oder? Hab ich auch irgendwo einen Charakter, wo ich seh, was der anhat, oder so? Nee. Nee, du hast ihn doch schon geschält, oder nicht? Ja, ja. Ich dachte, ich hab vielleicht noch mehr Zeug. Weil hier liegt so ein Muni und so. Nee, will ich nicht. Was soll das? Nein. Zurück. Guck mal, ne Schaufel! Bist du da rüber geschwommen? Oder bist du Amazon? Guck mal, ne Schaufel! Ich hab keine Schaufel mehr. Ich hab aus Versehen Basie genommen. Na toll. Das Ding ist vorbei. Restart. Was soll das? Hä? Ach so. Ah, jetzt versteh ich. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt. Und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte. Alter, hier sind ein paar kaputte Typen. Und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Ich hör doch irgendwo Leute. Oh, da hinten ein Auto. Das ist auch ein Sektentruck. Ja, den können wir doch hier auflauern, oder nicht? Wenn hier so viele langfahren. Boah, das geht mit ihm. Ach so, er ist das. Okay. Oder abkürzen, oder ob er oben lang geht. Gerne, Mann. Da ist ein Quad. Kann ich damit fahren? Oder schießen, Leute? Ach so, was machst du denn? Du bist ja nett. Guck mal her, ich hab das nicht so gemeint. Ich hab das echt nicht so gemeint, Kumpel. Hast du einen Schatz gehoben hier? Ne, übrigens auch nicht. Geballert. Ballert! Komm mal, Freunde. Ist das ein Bär? Ne, ein Bison. Alter, das Bison hat den voll umgenietet. Boah, was? Ja, schon. Bäm! Du kannst laufen, so viel du willst. Bäm! Ist das ein Bär? Hallo, kann ich Ihnen helfen? Hallo, kann ich Ihnen helfen? Sie scheinen Sachen zu haben, die ich brauche. Bählt der Hund? Alter, wer war das? Was ist das? Bist du nett, oder? Was geschieht jetzt? Ah, herzlichen Glückwunsch. Abgeschlossen. Herausforderung ab. Okay. Okay, ich hab... Okay, ist gut, mach ich. Okay. Ah. Du schwimmst schneller. Das will ich alles nicht. Achso, ich soll... Okay. Kletterhaken frei? What? Ins Bootshaus, oder was? Trage mehr Faustwaffen, Munition und Nahkampfwaffen mit dir. Okay. Ich nehm den Gleitschirm, das bestimmt. Ah, wobei, ich nehm den Kletterhaken, das bestimmt. Okay. Der Bison dreht durch? Wo? Muss man hier rein? Hauke. Schlüssel benötigt. Achso. Wer ist das? Ist das nett? Der muss nur durch. Ich hatte. Jemand auf die geschossen? Nee. Komm mal her. Komm mal her. Hallo. Kann mit niemandem reden. Ich muss nur weiterfahren einfach. Kann ich jetzt denn... Jetzt kann ich aber Koop spielen, lieber Chad, ne? Wo sind sie? Sind hier überhaupt nicht. Komm mal her. Ich nehm mal ne richtige Waffe. Also ich geh mal weg von dem Bogen. Weil jetzt will ich erstmal ein bisschen richtig pallern. Den Bogen kommen wir später wieder. Nehmen wir die Karre. Ihn können wir auch immer looten. Wer kommt da denn? Ist der nett? Zu nett? Alter, der ist nicht nett. Oder? Damit werde ich einfach nicht fertig. Keine Ahnung. Ist egal. Wir fahren jetzt erstmal weiter. Looten den Typen hier und fahren weiter. Muss man das hier machen mit dem Bunker und so? Oder kann ich einfach direkt zur Insel? Hauke. Hast du das mit dem Bunker gemacht? Nein, das musst du nicht machen. Das muss man nicht machen. Einfach direkt da... Hab einfach weitergemacht, sofort. Okay. Wie ist das Ding voll scheiße zu fahren? Soll das so? War das nicht, äh... Elche! Ah, das ist ein Typ. Guten Tag! Ranger-Schutz. Kann ich mit Ihnen über unseren Herrn und Erlöser reden? Okay, das ist gut. Oh, was hat der denn da? Ne, ich will meine Pistole behalten. Ich will meine Pistole... Ah, wobei... Dann könnten wir meinen Bogenbild gleich wieder nehmen, wenn wir so ein Dings hier haben. Was ist das in der Knarre? Alter! Sniper! Und hier eine Hacke. Die ist wahrscheinlich wie ein Spaten... Oh, ich hab ja einen Spaten! Ne, nur einen Spaten. Wahrscheinlich wie einen Platten oder... Oh, da steht ein besseres Auto. Das nehmen wir. Was stimmt mit dem Auto nicht? Das fährt voll komisch. Wahrscheinlich ist unser Fahren-Skill zu schlecht oder so, ne? Das Radio ist geil! So, die Sektion ist befreit. Aber können wir jetzt... Nee, muss ich jetzt noch etwas machen? Wie war das jetzt? Warte. Das ist ja was auf mich zugerannt, die Irrer. Alter, komm mal klar! Okay, wir können jetzt Sachen herstellen. Oh, und Sprengtom... Waffenrad zu öffnen. Fällen... Okay, okay, ja, alles klar. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, schön. Können wir reden? Ich hab Explosionen draußen bei der alten Radon-Mine gehört. Ich dachte, das sei die Siegte, doch als ich nachsah, war es bloß eine dämliche... Ich mach jetzt mit der Story-Mission weiter, ne? Oder wie können wir das machen? Okay. Du musst jetzt die Story-Mission weitermachen. Aber ab wann kann man spielen? Ich weiß nicht. Bist du jetzt schon von der Insel runter? Also hast du jetzt eine Mission, dass du von der Insel runter musst? Also ich hab grad die Ranger-Shotze befreit. Und jetzt muss ich zur... Da hin. Ne, dann hast du die Insel noch nicht ganz. Oder hier hin. Versuch... Ne, hier hin. Mach das mal erstmal. Das musst du noch machen und dann hast du es... Und dann können wir. And then we have it. Was jetzt nicht? Alter, das ist mein Quad! Das wollte ich nehmen! Ist er grad mit deinem Quad weggefahren? Hier, das hat... Also naja, es war halt grundsätzlich vielleicht sein. Ich wollte es halt nehmen. Ah, okay. Tür auf! Hallo? Tür auf! Blündern. Da flünder ich jetzt eine Bude. Kann ja auch mit leben. Tür auf! Okay, nehmen wir das Auto wieder. Hier. Das war geil, der Zoom. Naja. WP. Güits! Ja, da sollten wir hin, oder was? Ach so, dann können wir jetzt Schnellreise machen. Ach so, ich soll jetzt einfach von selbst irgendwo da oben hinfahren. Das ist Openworld-mäßig, ne? Ja, ja. Das ist ja Quatsch. Ich will ja mit dir zusammenspielen jetzt. Barlow House waren wir schon. Okay. Oh, guck mal, da ist Joseph Regent. Da sollten wir hin. Ach so, das hatte ich auch zu sehen gesetzt. Ja, wir können halt einfach hinfahren, wo wir wollen, ne? Wir hatten nur die Empfehlung bekommen, dass ich irgendwie da hinfahren soll, zu Fallshand. Alter, geht's euch zu gut, oder was? Das Ballern macht viel zu kommen. Okay. Abgeschlossen. Das hat man jetzt davon. Das hast du jetzt davon, Kumpel. Und ich hab dein Auto. Abgeschlossen, geil. Oh, guck mal. Okay, es macht halt immer Spaß, den Stick kaputt zu fahren. Ich will das Quad haben. Alter, guck mal, die haben den hier voll. Was für Arschlöcher die sind. Ne Pumpgun. Okay, das ist meine Waffe. Ne Pumpe? Ja. Ja. Kommt hier irgendwo jemand? Dann brauch ich aber irgendwas Genaues noch. Was ist das denn da? Ne, die will ich nehmen. Was ist er denn? Hallo? Okay, der schien nicht mein Freund zu sein, der Typ. Am Südstand, okay. Was? Ich bin jetzt beim Punkt. Oh, da kommt einer. Okay, das ist eine perfekte Gelegenheit. Hier komm ich! Ja, dann komm. Ach, schade, zu kurz. Hey, lass das. Okay, jetzt richtig. Was ist das? Ist das nett? Nein, das ist nicht nett. Hä, ein Otter. Ne, keine Ahnung. So ein Biber. Hat er dich angegriffen? Ja, aber erst die anderen. Die Pumpe ist aber scheiße. Ich dachte, der wäre nett. Erst war der voll nett. Der war wirklich erst ein echt netter Typ. Und auf einmal kam der angerannt, als ob es keinen Morgen gibt. Okay. Ein Vielfraß ist das. Ah, okay. Sagen die Leute. So, bist du jetzt fertig mit der Insel da? Ja, ich gehe jetzt zur Südinsel. Okay, dann fahre ich jetzt zu der Insel dazu, wo du bist. Weiß nicht, ob das jetzt das letzte ist. Kein Auto. Ah, hier, Funkturm. Ich glaube, ab dann, oder? Das ist Shift-Fahrhilfe. Achso. Ich habe keine Zeit für dich leider da hinten. Muss ich hier hoch? Dafür ist die Meckerl supergeil. Boah, mega gut. Ist es immer deine Krott? Ist es Wolf? Was bist du? Hallo? Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Lange. Ich weiß nicht, ob das ein Wolf oder ein Hund war. Das tut ihm auf. Dass du nicht runterfällst. Bin ich gerade? Auf jeden Fall, der Kunden macht mir jetzt schon Bock. Okay, ich will hier rechts. Aber bei den Posten fahren wir doch durch. Was soll der Geiz? Ah, der scheint nett zu sein. Guten Tag. Da sind ja auch Nette bei. Ja, muss aufpassen. Wir können Geiz hinbefreien. Oh fuck, ich habe die Geiz hinbeerschossen. Oh fuck, von wo schießt der? Oh fuck, du kannst dir gerne rumbrüllen. Hilft dir auch nichts. Kumpel, ich habe dich gerettet. Ja, okay, den anderen habe ich erschossen. Das wollte ich nicht. Mann, ey, war keine Absicht. So, ich fahre wieder zu der Insel. Okay. Bist du jetzt fertig mit der Insel? Ich glaube, ja. Dann komm mal runter. Okay, du kriegst jetzt die Sitzung. Aber willst du uns irgendwie einladen oder sowas? Keine Ahnung, ich bringe auf jeden Fall einen Quad mit. Okay, geil. Sollen wir zu zweit fahren? Was ist das hier? Das sieht doch nicht gut aus. Vorräte und sogar Menschen. Steht auch ein Quad. Fahre ich jetzt richtig zu dir? Nee, falsche Brücke. Dose werfen? Okay. So, das ist die Feind. Jetzt bin ich gespannt, ob das U-Lieb... Okay, hier war ich schon, denke ich. Nee, das war ich nicht. Gino! Das war der Fiefraß. So. Das ist ein Kreuz. Oh. Sind die nett? Weiß ich nicht. Kriegt die Übertragung rein? Ja, ich warte hier auf dich. Kann man die Ansicht ändern? Ist das noch schwer? Dann ist das schon ein Tutorial. Man kann hier auf easy runter. Oh, das wäre ein wichtiger Punkt, weil es kommt mir gerade auch sehr leicht vor. Ach so. Ach stimmt, ich habe das noch auf Medium, glaube ich. Wo mache ich denn das? Die Schwierigkeit. Gameplay? Da, einfach. So. Ah, okay. Ich bin schon gewundert, warum die alle irgendwie keinen Kampf gewinnen können. Danke, guter Tipp. Aber wieso, ist es ein Bug? Heißt ja nicht, vielleicht um einen zu belohnen? Ich weiß es auch nicht. Ist egal. Ich warte auf jeden Fall hier am Ausgang der Insel auf dich. Danach geht es eigentlich los. Es wäre so schön, wenn wir da eigentlich zusammenspielen könnten. Oh, ja. Guck mal, da kommt welche. Nein, der ist der MG mit Vierfach. Ich glaube, ich habe einen Netten erschossen. Nein. Es war keine Absicht. Es ist voll schwer, die zu unterscheiden. Ich habe ja einen befreit. Niemand darf es rausfinden. Hauke, lade ihn ein. Okay. Schitter. Okay, wie? Ansonsten findet ihr euch nicht. Ubisoft Club? Wahrscheinlich. Okay, wie heißt du denn? Gino zockt. Scheiße, ich hätte dich nicht fragen sollen. Das kann nicht jeder einladen. Freunde. Komm, bei Edens Gate. Freunde hinzufügen. Wahrscheinlich so, ne? So, ne? Gino? Ja, klein, aber ich glaube, das sollte passen. Ne, sag genau. Dann klein alles. Ich habe dir jetzt eine Anfrage geschickt. Okay. Anfrage versendet. Klicke mal drauf. Shift auf zwei. Okay, hast du angenommen? Ja. Schlau. Chat starten. Freunde zum Spiel einladen. Ah, geil. Okay, wenn es das schon war, würde ich haben. Ich joinne dich, glaube ich. Okay, dann, ich bin auf, was willst du, willst du eher der Snipey-Guy sein oder mehr so der Ratatatatatat-Guy? Eigentlich würde ich schon ballern. Also, wir können auch beide ballern. Okay, ne, ich kann auch Snipey machen und Schaufel. Schaufel von hinten. Irgendwas hat mich angeschrien. Korbwortschuld speichert. Hier liegt er doch. Da bist du, hallo Hauke. Wo? Hier. Hier bin ich. Hallo. Hey. Lass mich die angucken. Ah, komm, da kommt ein Auto. Ey, wir haben das gleiche Hemd. Geil. Kannst du eine Waffe nehmen? Los geht der wilde Spaß. Warte, ich komm mit, ich komm mit. Warte. Okay, los geht's. Okay, geil. Ich hab jetzt schon Spaß. Ich kann dir auch Muni geben. Gibt's friendly fire bestimmt. Können wir ballern hier? Ja, geil. Ja, ich auch. Ich kann sogar mit dem Sniper ballern. Wir kommen. Da kommen welche, da kommen welche. Willkommen, um euch zu befreien. Darf Anna hocken. Ich hab ihn. Ich hab beide gekillt schon. Geil. Oh, wir können nicht. Guck mal, ich hab beide getötet. Okay. Geil. Wo wollen wir hin? Lass Auto fahren, oder? Wollen wir hin bei Auto fahren? Ah, da, da, Auto, da hinten. Ja, okay, lass uns. Da steht einer am Straßenrand. Hab ihn. Ja. Links, halt mal an. Links, links, links. Halt mal an. Das ist ein Geisel. Lass die mich freien. Okay. Wir sehen uns jetzt. Sind das gute oder schlechte, die hier? Wer sich weigert, tja, dem war geht es recht nicht schlecht. Schlecht, glaube ich. Am schlimmsten sieht es um false end aus. Fang am besten dort an. Hast du sie? Zwei down. Irgendwo links ist einer. Hund, Hund, Aua, Aua, lass das. Du vermisst dich, Haukel. Bam. Alter, wie viel nette aus. Du Schweinehund. So ein krasser Doberman. Komm, lass die looten. Ich kann ein erster Hilfeset benutzen. Soll ich das machen, oder? Ja, das rechts nicht von alleine. Haukel, guck mal. Oh, guck mal, Haukel. Ich hab einen Rocket Launcher. Ich will den einmal schießen. Kannst du machen. Alter, warte nicht auf mich. Schieß auf das Silo-Ding da hinter dir. Schieß. Boah, geil. Auf den kann ich schießen, egal. So, lass mal looten hier. Also ich find die Waffe, die ich hier hab, auf jeden Fall scheiße. Jetzt hab ich nur eine Raketenwürfe. Schnaps. Okay, geil. Oh, hier ist ne... Ich befreie den mal. Äh, ne. Der ist tot. Ups. Ich befreie den mal. Da liegt ein toter Typ. Der sah so aus, als wäre er irgendwie gemessen. Oh, das brennt. Also ich hab ne Sniper, auf jeden Fall. Da hinten ist irgendwas. Guck mal. Oh, geil. Ich glaub, ich bleib am Raketenwürfe. Ich kann immer noch wechseln. Truthahn. Alter, was hält der aus? Scheiße, der Truthahn hat's überlebt. Da hat er sich verdient. Lass mal zum Fuß weiter, oder? Ja, mit Dings ist das schon schneller. Ja, okay, dann lass. So Fuß dauert, glaub ich, zu lang, oder? Ich fahr. Okay. Ich bin Raketenwürfe-Unterstützung. Okay, pass auf. Wir können den Truthahn auch kriegen. Das ist das Allerwichtigste. Den wollen müssen wir befreien. Okay, ich schieße. Oh, fuck. Was machst du? Bist du tot? Nein. Was machst du denn? Oh, guck mal, da hinten. Oh, geil. Da geht voll der Fight ab. Ist die tot? Oh, Mann, Gino, ey. Ich fürchte, ja. Oh, Mann, Gino, du stellst Sachen an. Okay, krank. Es ist halt einfach... Alter, guck mal. Ich hab so einen Revolver. Verleg aber nicht. Okay, lass weiter. Wir haben kein Fahrzeug mehr. Ja, okay, lass doch zu Fuß. Okay, lass doch zu Fuß. Guck mal, wer da wieder ist. Ach, was schießt du denn da immer? Oh, hinter uns. Achtung, ich schieße. Alter, Gino. Geil. Du hast immer noch das Ding. Ich dachte, es ist endlich mal vorbei. Nein, das ist mega gut. Das ist doch mega geil. Was war das? Da. Vierfachs. Hat sie nicht. Ich liebe die Waffe. Die hier ist voll scheiße. Ich will eine andere wieder haben. Ah, da. Was bewegt sich das? Was ist das denn? Das ist ein Vielfraß. Der pischt sich hier die ganze Zeit an uns ran. Hör mal auf, mit dem Raketenwerfer auf alles zu schießen. Aber auf Auto ist schon schlau. Auf Auto ist okay. Okay, lass weiter. Oh, rechts oben. Wo? Gut. Schön. Gibt. Der hat eine Pumpgun, falls du eine willst. Guck mal, da rechts sind welche. Ah, das sind Rehe. Auto? Nee, das ist im Lissen. Das ist im Lissen. Hält der jetzt an? Oder? Nee, ist netter. Guck mal, Geiseln. Okay, ich schieße nicht. Ich liebe die Waffe. Okay, wir können jetzt zum Lissen noch... Wie viel Muni hast denn du dafür? Ich hab noch... Nee, keine mehr jetzt. Ich brauch eine andere Waffe. Ich loote die mal. Mach dir keine Sorgen, Wedel. Aha. Anheuern. Host, du kannst die anheuern. Kann ich nicht. Doch, mit R gedrückt halten. Kann ich nicht. Bei mir geht das... Ah, jetzt. Von vorne. Auto. Das ist nette, die Vorhörderin. Ja, ich hab dir dahinter geschossen. Der dahinter ist böse. Es sind beides böse in den weißen Trucks. Er ist tot, Achtung! Ja, ja, ja. Oh, der Truck beschleunigt. Geh. Wollen wir da rein? Guck mal, hier. Blitzel. Noch ein Auto? Okay, wir sollten vielleicht mal weiter zum Ziel. Das dauert sonst ewig. Wo ist das Ziel? Das kommen wir nie an. Da vorne ist ein Quad. So. Da, 2000 Meter noch. Ab jetzt fahren wir durch. Wo bist du denn? Bist du im Quad? Nee. Nee, ich hol dich jetzt ab. Ich geh schon weiter Richtung Ziel. Ah, hier ist... Zeug, Gewehrmunition, Toilettenpapier. Okay. Okay, geil. Man kann auch, du kannst auch Fahrhilfe anwachen. Dann musst du nur noch geradeaus drücken. Kannst ballern. Normaler. Ist das ein Gegner? Nee, ist das nicht. Achtung! Machst du das? Ja. Oh, 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 oh. Ich dachte, ich hab einen Flammenwerfer. Das ist ein Flammenwerfer. Hä, wieso? Alter, der steht ja nie. Oh, was? Ach so, klar. Der ist exkliert. Guck mal, das ist so ein Posten hier. Links von uns? Ja, ja. Haltet die Sünde in Schacht. Ich kann nicht sehen, weil ich die ganze Zeit eine Anzeige davor habe. War keine Geise. Oh Gott, ich muss ein Erste-Hilfe-Set benutzen. Äh. Ich nicht, aber ich hab's trotzdem. Ich weiß nicht, wo's geht. Wo hab ich's hingelegt? Ich hab's vergessen. Ne, Steuerung. Ne, dann ist es nicht mehr Steuerung. Okay. Ach so, ich weiß. Boah, fuck. Ich muss in die Deckung gehen. Hinter uns! Wir werden von hinten geschossen. Oh, fuck. Ich hab keine Muni. Ich bin tot. Du musst mir helfen. Du musst mir helfen. Wir beide. Ne, wir beide sind down. Hinter uns kam halt auch noch ein Auto. Okay. Gut, geil. Hab mal was gelernt. Okay, geil. Aber die, das können wir einnehmen. Okay, das nehmen wir ein. Wo spawnen wir jetzt neu? Oh, gute Frage. Oh, das war geil. Hä? Was geht jetzt? Ach so, das ist ein Ladestruck. Ich dachte, wir sind so. Du bist jetzt tot, Gino. Geil. Das macht Spaß. Alan, mach so Bock, Alter. Okay, pass auf. Okay, wir sind direkter. Aber wir müssen das intelligent angehen. Ja, ja, machen wir. Hast du die Sniper noch? Ne. Okay. Wir müssen halt hinter uns aufpassen, ne? Wenn da ein Auto kommt. So, wir schleichen uns jetzt ran. Okay. Einer von uns kann auf den Turm hoch. Ich bin oben. Okay. Ich bin oben. Wie markiert man die jetzt nochmal? Kann man markieren? Ja, irgendwie geht das. Sag, wenn du vorher bereit bist. Ja, noch nicht. Das ist hier auf jeden Fall ein großes Fass. Ah, da sind halt super viele da unten, ne? Ja. Also hier oben bringe ich nicht so viel. Ne? Und ein Hund haben die da auch. Wir können doch nur die anschleichen und Takedowns machen. Ah, da sind Geiseln in dem Tank. Ja, lass lieber Takedown machen. Ich komme auch runter. Warte. Fuck, ich brauche einen neuen Bogen, ey. Oh. Das ist immer irritierend, wenn man gerade drauf zu und dann nicht die gleiche Taste weiter benutzen kann. Schleichen, ne? Ja. Ja, ich crouche. Ich habe leider keine leise Waffe gerade, glaube ich. Ah, doch. Ich habe ein Wurfmesser. Ich mache jetzt ein Takedown bei dem. Ich hoffe, dass da niemand in der Nähe ist. Okay, ich habe, glaube ich, ein Wurfmesser. Warte, warte, warte. Ich will das ausprobieren. Takedown, Takedown. Oh, fast ich habe eine Granate da hingeworfen. Oh, fuck! Lauf weg, Tino! Oh, Mann, tu mir leid. Ich dachte, ich werfe ein Messer. Alles gut, alles gut. Hat niemand mitbekommen. Alter, hier brennt alles. Okay, doch. Die haben alles mitbekommen. Ja. Okay, dann haben wir. Links weg. Was hier links bleiben, die ist halt ganz geil. Fuck, okay, ich bin im Feuer gestorben. Kann ich dich retzen? Ja, warte, bis es nicht mehr brennt. Oh, fuck! Warte, bis es nicht mehr brennt. Weil irgendwie wird das immer mehr. Das war ganz schön dumm. Ich habe nicht verstanden, wie ich diese Messer benutze. Ich dachte, das ist ein Wurfmesser. Wurfmesser. Es wird tatsächlich immer mehr. Fuck. Ich bin halt auch down. Ich verbrenne. Mein Fehler. Okay, nochmal. Ich habe mal dachte, ich will die so aus wie beim anderen. Du hast sie dann als Ferkampfwaffe und wenn du dann drückst, hat er einfach eine Granate gebrochen. Okay, nochmal. Y zu markieren. Ah, Y, okay. Ach, stimmt. Ich wollte mich eben hinlegen, da habe ich es aus Versehen gemacht. Bei Y wird das Fernglas genommen? Was? Drück doch immer. Okay. Okay, go. Hier wollen wir doch eh raus, oder? Ja, stimmt. Da links ist irgendwas Rotes. Ja, die... Ich hätte gerne meinen Bogen wieder. Das ist voll ärgerlich. Warte mal, wir könnten diesen Tank da hinten hochjagen. Das müssen wir auch noch machen. Roten Tank und blauen Tank. Ich meine, da ganz in den großen. Okay, lass mal schleichen. Da ist doch einer, oder? Ja, hinter dem Denk. Guck mal. Kann man hier markieren. Oh, schön. Mit Y oder was? Der tötet da irgendwie jemanden. Da, sind noch mehr? Ja. Bleiben die markiert? Ja. Rechts sind noch zwei. Den rechten können wir einen, glaube ich, holen. Ach so, einfach nur mit Fernras gucken. Gesehen? Alter, da ist ein Bär. Die haben Bären in einem Käfig. Ja, den können wir befreien. Dann macht der die Arbeit. Ja, geil. Okay, wir sehen jetzt von außen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich versuche, den hier zu holen, okay? Okay, ich komme von rechts. Die Leiche muss dann natürlich schnell wegtragen. Oh, hier sind auch noch welche. Ich sehe, von hinten ist niemand. Das heißt, eigentlich von hinten ist... Schnell weg. Fuck, der andere kommt. Sehr gut. Ich versuche, den hier zu bekommen. Und jetzt gesehen? Können wir da rüberklettern? Nee. Ich würde gerne eine leise Waffe haben. Ich auch. Ich bring den hier mal ein bisschen weiter weg. Kannst du liegen bleiben, Kumpel. Okay, warte. Der eine geht zum Bären. Siehst du das? Nee, ich bin hinten. Eine ab bei dem rechts bist du, ne? Ja. Aber ich muss hier... Ich kann ja nicht draufklettern. Ich könnte theoretisch den Bären befreien. Ja, mach mal. Mach mal, please. Und dann kill ich den hier hinten. Und dann ist es eh rampant. Fuck, der andere dreht sich um zu mir. Der kommt zu mir. Ja. Soll ich schießen? Nee, 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 nee. Nicht schießen. Das ist wirklich der Bär. Ich mach gleich einen Takedown. Ich versuche mal von hinten hier... Du bist voll laut, ne? Der hört dich die ganze Zeit. Ups. Man kann auch auf die zurennen und schnell einen Takedown machen. Ja. Und dann einfach schnell gleich hier schnappen und weg mit dem... Oh, wollen wir da rein für den Bären? Ist da drin denn irgendwas? Okay, warte, warte, warte. Oh, ich kann aufs Dach. Ich kann den Bären, glaube ich, befreien. Oh, hier oben ist auch... Okay, ich befreie den Bären. Okay, ich bin auf dem Dach. Ich kann von oben reinschießen. Wie befreit man den denn? Wie befreie ich den? Mit E? Nee. Nee, ich glaube, wir müssen es kaputt machen oder so. Ja, dann mach doch mit der Hand. Alter, was ist das? Ich hab Bock, den hier. Ich hab's. Ich hab's. Ist offen. Der Bär ist frei. Geil. Ich bin drin. Ich bin in dem Haus. Okay, ich bin immer noch auf dem Dach. Oh, der Bär greift ihn draußen an. Nice. Oh, der Bär ist tot. Wirklich? Ja, weil der auf den Fass geschossen hat. Nee, der lebt noch. Der lebt noch. Ich bin in dem Haus. Ja, okay. Ich bin immer noch auf dem Dach. Oh, die haben Alarm geruhen gemacht. Nee, die haben sich leute geruhen. Oh, mir kommt kein Flugzeug oder so. Okay, ich loote schnell drinnen, Kran. Ja. Oh, hier. Oh, geil. Ich hab ne Schusssehere Westen, glaube ich. Ach, da hinten. Okay, ich seh die. Okay, der Fahrer ist tot. Oh, da kommt noch mehr. Ja. Ich glaube, wir müssen den Alarm ausstellen. Oder? Ah, nice. War ganz sauber. Schön, Hauke. Ich hab keinen Treffer abbekommen. Nice. Uiuiui. Cooles Ding. War gut, dass einer geschlichen ist und einer den eigenen Weg. Ach, das sind die, die wir gerettet haben. Die Rednecks. Endlich wieder Bier saufen, ha? Okay. Das find ich ein bisschen doof. Das, wenn die jetzt, hat man's geschafft, ne? Du kriegst jetzt halt keine Belohnung. Also, du kannst jetzt nicht die Typen looten, die du erschossen hast. Weißt du, was ich mein? Was passiert bei dem Quartz? Wem? Es fährt. Es quatsch. Ach so, ja. Das packt da so rum. Guck mal, jetzt können wir Leute anheuern, wenn wir wollen. Ja, mach mal. Ja, wollen wir nicht. Meinen sind Heavy Gunner. Nee, lass zu zweit. Das nervt doch. Die machen doch nur Quatsch. Kack auf Potts. Ich glaub, wir haben alles gesoluted schon. So, wollen wir weiter? Ja. Potts ist hier draußen. Das sind ja die Kassen. Was gibt's hier? Oh, guck mal. Kaufen, verkaufen. Ich kann mir einen neuen Bogen kaufen, das wird ziemlich geil. Ja, irgendwas Leises. Granaten wäre dann nicht auch geil. Das hier zum Beispiel, was hältst du von dem? Von dem High-Killer? Was? Hier können wir einen Wechsel. Da war. Guck mal, hier. Granaten haben wir sogar schon. Wie geht das mit dem Wurfmesser? Okay, ich hab einen Bogen. Ich kann mir nur ein Design dafür holen, wenn ich will. Was macht das? Ach, Rotpunktvisier. Ich hab ihn. Gekauft, nice. Konnte ich mir leisten. Wie mach ich das? Wie machen wir das mit dem Wurfmesser? Hast du das rausgefunden? Guck mal. Zack, jetzt hab ich einen Bogen. Wo macht man was? Ein Wurfmesser? Das hab ich nicht verstanden. Geht verloren. Ach, das ist eine andere Taste. Pass auf. So. Und dann kannst du hier, glaub ich... Ach nee, hä? Mit Q kannst du halt dieses Waffenmenü öffnen. Aber sieben. Ah, jetzt hab ich die Wurfmesser ausgerüstet. Du musst, glaub ich, drauf. Dann mit der Maus drüber bleiben. Und dann kannst du so mit dem Mausrad auswählen, welches sein soll. Aber... Wie wechsle ich jetzt so? So, ich hab's mal geworfen jetzt. Wie wechselst du zum Wurfmesser? Du drückst, an wie die mittlere Maustaste gedrückt halten. Das ist jetzt deine Wurfwaffe. Du kannst wieder einsammeln. Außer du wirfst sie so, dass du sie nicht wieder findest. So wie du's gerade gemacht hast. Ah, wir haben Dynamit, also. Ah, hier. Wurfmesser. Ich hab's gefunden. Okay, Gino, lass fahren. Okay. Spring drauf, Alter. Kannst du da drauf? Vielleicht. Irgendwo? Vielleicht kann ich raufklettern. Oh Mann, ey. Nein. Ich will da raufklettern. Ja. Ja. Warte. Ich bin drauf. Idiot. Lass mal gucken, wo müssen wir hin? Da unten immer noch. Es ist noch markiert. Ich seh's immer. Da. Ach, da unten. Mach mal den Tank da hinten kaputt. Schieß mal auf den roten Tank. Ah, warte, ich fahr dich näher ran. Hier im Erdbeerfeld. So, den da. Mach den mal kaputt. Den großen roten Tank. Einfach drauf schießen. Kann man? Ja. Oder wirf ne Granate dagegen oder keine Ahnung was. Den konnte man letztes Mal kaputt machen. Hört man's schon? Du hast ihn gleich. Hört man's nicht. Huuu. Okay, und was tun musst du? Silo zerstört. Du hast ihm jetzt Schaden gemacht. Okay. Quasi. Oh, was ist hier? Drecker hier. Wir haben voll viele schon getötet. Was war das für ein geiler Antnis? Oh, Achtung, Hund. Wo? Alter, das ist ein Lieberhund. Das ist ein Lieberhund. Hallo, Lieberhund. Oh, ist das jetzt unser Kompagnon? Streichelehn. Ja! Komm, du kleiner Racker, du. Hast du gesehen, wie wir mit dem Trecker kamen? Wir sind die Guten. Oh, wir haben's den Bissen umgebracht. Wir haben's geschafft. Wir haben wir nicht, die waren schon tot. Die waren schon tot. Ja? Wirklich. Oh, okay. Das ist jetzt nicht nur so, die waren schon tot. Geil. Wir haben's befreit. Jetzt können wir, glaube ich, Schnellreise auch hermachen immer. Äh, da kommen Gegner. Wo? Äh, vor uns. Hey, na? So. Alter, jetzt mal aus meiner Perspektive sehen sollen. Alter, der Hund! Der Hund macht den! Was? Wie geil! Besser auf dich auf, als du selbst! Yes! Wir haben einen geilen Hund jetzt! Ich hab aber leider einmal daneben geschaut. Ach, nee, ich hab meine Pfeile wieder. So, Kumpel. Kann ich meinen Pfeil wiederhaben vielleicht? Du musst die mal plündern, die Leichen, ne? Geh mal gut. Alter, wie souveränen wir den? Sollen wir Trecker weiter oder Auto? Ja, lass Auto fahren. Schneller. Okay. Dann nehmen wir den mit der Boombox. Achso. Gibt's da Radio? Ja, du kannst, glaube ich. Lass mich hinten drauf. Kannst du wirklich hinten drauf? Ja, ich bin oben drauf. Warte, da liegt noch irgendwas. Sekunde. Guck mal, da ist irgendwas. Warte. Der Hund, ey. Folgt er uns jetzt? Ich hoffe. Kommst du mit? Komm, Hundi. Nee, der ist jetzt einfach hier, glaube ich. Achso. Fahr mal langsamer. Doch, der folgt uns. Guck mal. Boomer, der folgt uns. Nur kein... Alter, die Scheibe ist kaputt. Ballung, Boomer. Komm. Ist ein Auslauertraining. Jetzt fahren wir da mal hin. Aber unterwegs befreien wir alles, was wir finden. Ja, da hinten können wir ballern. Da links, ne? Ja. Warte, warte, warte. Warum so, wenn man so kann? Oh, ich zeige dir was. Auf uns wird geschossen. Hinter uns. Alter, spinnt ihr? Ah, der Hund! Nein! Habt ihr den Hund überfahren? Ich befreie. Du schreist sogar. Boomer! Ich habe ihn wieder befreit. So, pass auf, Freunde. Guck mal, guck mal, guck mal. So, jetzt bitte. Alter, auf mich wird so heftig geschossen. Gino, ich brauche Hilfe. Von wo ist das? Was ist das überhaupt? Von wo ist das, Gino? Ja, von Hitlok. Das ist ein Mörser. Fuck, ich wollte die da hinten treffen. Oh, ich habe keine Munition mehr. Shit. Ah, hier hat es sogar okay. Alter, was? Aber hast du... Warte, geh mal weg. Ich stehe mal auf das Auto. Geh mal von dem Auto weg. Von dem da hinten. Zielst du auch? Was? Ah, unser Auto. Nein! Das war nicht unsers. Doch, das war unsers. Nein, Mann, unsers ist die Boombox. Okay, Munsters sind ganz geil. Pass weiter. Wir nehmen Quad. Warte mal, ich kann ihn auch plündern. Pizza. Nee, Baseballschläger. Ich habe jetzt einen Baseballschläger. Spring drauf, Alter. Ja, Mann, ich bin da. Los, Boomer! Was brennt denn da? Guck mal. Wir entfernen uns vom Ziel, aber ist egal. Ich will nur gucken, was da brennt. Oh, wo uns Gegner? Alter, als ob du da wegkommst. Oh, äh... Jeha! Wo sind sie? Oh. Aufkam hatte er, ja. Was ist denn denn los? Ich habe ihn doch umgehauen. Ist du down? Nee. Boomer hat mich gerettet. Ah, sehr schön. Hast du sie befreit? Nee. Oh, das arme Schaft. Was ist das hier? Anheuern. Okay. Alter, hier ist ein grünes Quad. Das ist bestimmt besser. Alter, hier ist alles abgefackelt. Das ist ja Arschläger. Oh, guck mal, hier ist ein Jeep, Mann. Nee. Wo? Hier? Oh, den nehmen wir. Komm. Was macht er jetzt? Ich bin ein braver Hund. Nee, verzieh dich. Bin auf Patrouille so einem Kerl begegnet, der eine Patrieot. Komm, Hocke. Alter, das wäre so geil, wenn Boomer hinten drausspringen würde. Oh, fuck. Ja, ich dachte, den kann man umfahren. Was ist das für eine Karre? Oh! Scheiße auf den Jeep. Alter, wir wollen das Ding. Ist das drin? Ja, Mann. Go! Bockwagen. Alter, jetzt eine Adlerkralle hier. Kommt her, ihr lösst. Oh, ich hab vielleicht jetzt nicht die Scheiße geputzt. Da war keine Munizier mehr. Oh! Ey, da war ein Puma! Da war ein Puma! Nicht unser Problem, nicht unser Problem. Oh, no. Oh, das ist ein Puma! Vorbeifahren, willkürlich auf alles schießen. Geil. Okay, wer ist das? Oh, ist das normale, Leute? Ja, sind wir alle normale, Leute. Das Maumel in deiner Mitte, an der Adlerkrieg. Oh, was ist das? Oh! 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 Halt den jetzt an? Ja, der macht ne Pause. Du brauchst nicht gucken, Gino. Der macht nur ne Pause, Gino, wirklich. Dem geht's... Da war niemand drin? Ja, genau. Da war niemand drin. Ist der rausgeflogen? Nee, nee, dem geht's gut. Amerikanischer Schwarzbär. Neues Jagdgebiet. Wo? Ja, hier. Also hier. Ach, wir können auch einfach Sachen jagen, wenn wir da Lust drauf haben. Das scheint. Weiß nicht, was ist das? Ich würd halt hier gerne ein paar Sachen auflauern. Na, ist weiterfahren. Komm, Quod. Hol mich ab, ich lauf schon mal vor. Bedacht! Los geht's, Kumpel! Da vorne ist einer. Oder? Alter, der wird nicht mal merken, was ihn trifft. Da drüben! Äh, okay. Äh, what the fuck? Was passiert mit dem Quod? Ich hab die getötet. Okay, cool. Hallo, Puma! Na, du hier? Puma? Achso. Guck mal hier nicht... Alter! Hier, guck mal! Toter Wolf! Oh, krass. Da kommt ein Auto! Guck mal! Guck mal, das sind böse da hinten. Lass mal an die ranpirschen. Boah! Bäm! 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 Alter, Feilbogen ist voll geil! Ne, gut. Bäm! Bäm! Die Mucke ist echt der Hammer! Bäm! Bäm! Äh, links von uns? Schön was? Da war einer hingelaufen! Ich weiß nicht, wo der hin ist. Den hast du wahrscheinlich getötet! Da ist er! Wo hast du ihn? Hier! Ist weg! Okay, dann lass mal weiter laufen! Oh, hier ist aber noch was! Ah, Jagdgebiet! Oh! Und? Was machst du? Und? Wo bist du denn? Bottweiler oder so! Tut mir leid, Hundi! Hat sich ausgerottet! Alter! Alter, hast du mich angreift einfach! Ja, das ist weiter! Pro Fuß? Ne, hier Auto! Okay! Sind aber auch nur noch 600 Meter! Ja! Was kommt jetzt? Ich glaube, wir müssen da gar nicht direkt hin! Wir müssen ihm eigentlich erst Schaden machen, sonst ist das Lager zu schwer! Okay! Kommen wir ins Auto aber erstmal! Wir gucken mal! Steckst du ein? Ja! Ja, ja, ja! Weil da kommt ein Bär! Da ist ein Schwarzbär! Oh, lass den mal bekämpfen! Alter, jagen wir im Auto! Das sieht einfach so! Vielleicht! Ach, es wird schlechter! Roadkill und so! Man kriegt schlechteres Zeug! Plündern! Beschädigte Haut! Ey, komm lass mal querfeldein das letzte Stück gehen! Das ist glaube ich witziger! Dann sieht man hier ein bisschen was in der Gegend und so! Wir haben auch noch eine 600 Meter! Irgendwas sieht uns! Dieser weiße Pfeil sagt das immer! Ja, ja! Ach, Auto! Egal! Auto brauchen wir nicht! Wir gehen durch den Wald weiter! Ich höre Stimmen! Aber wir können ja auch immer Senf nehmen und so! Da, guck mal! Ah, ja, ja! Oh, warte! Anstrengen! Oh nein! Gut! Mega gut! Voll geil! Boah! Der Bogen ist schon ganz geil! Weil die halt so schnell nicht mal merken, was passiert! Boah! Hier ist ein Hirsch! Schon halt scheiße gegen größere Gruppen! Da ist irgendwas! Gegner! Wieder da vorne! Ah ne! Die kommen von links! Die kommen mal da von links! Ich glaube, das ist das hier, oder? Wie der lebt noch! Hab ihn! Zweiter hat gesetzt! Ah, hier ist Karmix! Ne, ne! Oh, da links! Ach, da! Okay, da ist ein... Ja, ja! Mal ranpirschen! Ja! Ich hab markiert! Da ist schon mal einer! Den hast du! Sehr geil! Sehr geil! Ich geh rechts rum! Okay! Mit Boomer! Ach, Boomer schleicht auch! Guck mal! Versuch mal einen Takedown von hier! Oh, da fährt gerade was weg von der Tanke! Ah, hier hinten ist nichts! Ja, ich seh vor der Tanke nichts! Schaffst du den Takedown? Weil ich könnte ihn noch erschießen sonst! Ich, äh... Geh hier zum... Ja! Ja! Okay, da ist Vorsicht! Da kommt ein Truck! Bleib dahinter! Ja! In Deckung! Oh, fuck! Ah, okay! Dann schießt der doch! Bist du doch! Irgendwo ist noch einer! Ich hab aus, wir sind in die Geisel geschlagen! Ich muss ja gehen! Eine? Irgendwo ist noch was! Drinnen vielleicht! Ne, ist nix! Hier ist auf jeden Fall... Irgendwas! Geld! Rucksack! Okay! Drinnen loot ich gerade! Für Schluss! Draußen mach ich hier irgendwas mit! Sprengkapsel, Senf, Schnaps, Kaliber... Brief! Steffi Apfel! Fuck! Da kommt welche! Lass rein, oder? Äh, okay! Fuck! Ich bin tot! Echt? Ja, ich bin zu schnell drauf zu... Du musst mir helfen, ne? Sonst sterbe ich! Also du musst einfach schnell zu mir her! Hast du ihn? Oder lebt der Typ noch? Weiß ich nicht! Du hast ihn! Okay! Ja! Ah! Boomer kann ich auch befreien! Wirklich? Ja! Das war Boomer! Voll geil! Von vorne kommt noch! Ach ne, das ist ein... Das ist ein Zivilist? Okay! Fuck! Dann ne! Ich verschieß so viele Pfeile! Ach so! Da! Er! Schuss abbrechen! Okay! Ich muss mal ein bisschen versparsam mit meinen Pfeilen umgehen! Vielleicht sollte ich mal wechseln auf die Pistole! Die war doch hier gerade irgendwo! Ja, irgendwo war doch eben die Pistole! Ich brauche ne Pistole! Da! So, da hinten ist das Ziel! Okay! Okay! Ja, lass weiter! 400 Meter noch! Ach du bist schon weiter! Ja! Ich komm! Haben sie schon den Bär befreit? Ja, wir haben eben mal einen Bär befreit! Aber der wurde gleich weggesprengt! Ja, der hat's aber überlebt! Der hat noch... Der hat das halbe Lager gekriegt! Ich hab zwei Gegner erschossen! Also da waren zehn! Guck mal links ist ein... B-Drescher! Oh, lass den holen! Bitte! Lass das Fahrzeug holen! Ich will unbedingt jemanden dreschen! Gieß ordentlich in die Eier! Alter, ich will diesen Trecker! Aber dann ist nicht gut für unsere Reputation! Wieso? Ja, weil wir dir noch... Das ist kein Zivilist! Doch! Quatsch! Guckt doch! Der hat doch hier schon weiße Klamotten an! Das ist... Garantiert ist das kein Zivilist! Guck! Ja, hast recht, ja! Kuckuck! Wir wollen dreschen! Hey, na? Wir jagen die beste Möglichkeit schnell ein paar Kröte... Oh, fast! Hier gibt es ne Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Fälle zahlen! Das hier! Jetzt wird gedreht, Freunde! Das ist ein Hexler! Das ist ein Hexler! Ich will mit! Warte, warte, warte! Nimm mich mit! Okay, okay! Kann losgehen! Oh, Radiosender! Alter Schwede! Guck mal bitte aus meiner Sicht, Gino, was du da hast! Okay, Mann! Fahr los, fahr los! Ab ins Lager! Mö, mö! Motherfucker! Nicht... Oh Gott, nee! Kannst du da durch? Ja, doch, das ist ganz flach. Kannst du durch. Das ist ne Furt. Radiosen machen. Fahr rechts! Nicht über die Kante! Okay, und dann fahr einfach rein! Stumpf reinfahren! Guten Tag! Gino? Okay. Okay, Gino! Du fährst uns fest! Alter! Du überfährst... Du hast Booba überfahren! Nein, hab ich nicht! Doch! Der liegt da! Oh, oh! Komm wieder hoch, Boomi! Gino, es ist egal! Guck, guck! Okay, Gino, du musstest grad alleine machen, weil ich muss... Ich überfahr dich! Oh, weggesplasht! Scheiße! Komm her! Komm her! Mann! Oh, du fahr! Okay, ich muss jetzt... Ich muss jetzt hier raus! Fuck, aua! Alter, ich hab... Ich muss hier raus! Ich bin tot! Ich wurde sofort gedownt! Das ist wie zu viel! Okay, ich fahr! Okay, Booma hat mich aufgehoben! Wo bist du? Befrei... 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 Ich folge jetzt Booma! Na fuck, ich bin schon wieder down! Du musst dann... Dich ans Leben klammern, ne? Ja, Booma hol dich! Bist du komplett down? Ja, ich bin gleich da, glaub ich, wieder. Wir? Für uns? Ach so, ich muss einfach nur... Ne! Alter, spinnst du! Hör auf damit! Alter, wie Booma! Wie krass das! Ich bin jetzt eigentlich, glaub ich, wieder da! Ich spiel nicht den Hund! Ich spott' ihn nur! Oh, ist wär geil, wenn man mit dem Hund spielen könnte! Oh! Wer schießt denn da auf mich? Nein, nicht das! Was muss ich denn jetzt machen? Alter! Ist das unsere Luftunterstützung? Ist das gut für uns, oder? Ich weiß nicht! Kannst du mich irgendwie wiederholen? Enter drücken! Ah, okay! Alles klar! Jetzt geh wieder da! Ja, jetzt musst du mich wiederholen! Kannst du mich kurz wiederholen? Okay, der ist nicht gut! Okay, ich bin tot! Ja, ich bin auch... Wie, du bist schon wieder tot?! Nein, ich bin tot geboren! Wie, du bist tot geboren! Also ich hab... Bin so gestartet! Okay, kann Booma hier überhaupt hoch? Nein, okay, ich muss aufgehen! Aber warte mal! Dann können wir doch gar nicht mehr... Dann müssen wir neu anfangen! Dann müssen wir jetzt neu rein! Das ist halt super dumm! Wir haben uns sofort festgefahren! Wir haben niemanden gekillt mit diesem Trecker! Doch! Ich hab drei Leute gekillt! Okay! Okay, ich darf einfach nur respawn! Ja, solange ich lebe! Aber ich weiß nicht, was ich machen kann! Ja, du kannst halt auswählen, bei wem du respawnst! Drück doch mal linke Maustaste! Nee! Was machst du denn da? Kann nix machen! Hä, das kann doch nicht sein! Ist das ein Bug? Nee! Ich glaub, du spawnst so und dann musst du mich... Äh... Nein! Oder vielleicht spawnst du anders! Drück mal Enter jetzt! Hä, du startest normal so! Ich bin so gestartet! Kannst du mich jetzt, äh, setzen? Boah, schön! Sauber! Ja! Ja! Ah! Geil, Haukong! Jetzt retz mich mal bitte! Wo bist du denn? Hinter dir! Oder da unten! Das Blaue! Da! Nee, 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 nee! Doch! Aufm Dach lege ich! Aufm Dach! Nein! Das bist du! Nee, das bin ich nicht! Ich bin gleich tot! Ich seh dich nicht aufm Dach! Ich bin aufm Dach! Bei mir ist niemand auf irgendeinem Dach! Doch, da wurde eben was! Da oben! Okay! Ah, scheiße! Schaffst du's noch? Nee! Zwei Sekunden! Du kannst uns übrigens rauszögern, ne? Okay, jetzt sterbe ich auch nochmal! Okay, Gino, ab jetzt musst du dein eigenes Ding machen da! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich weiß es auch nicht! Drück mal Leertaste! Ich weiß nicht, was da ist! Also ich weiß nicht, was grad dein Spielstand ist! Das ist nicht unsere Luftunterstützung! Der Typ hat grad ne Bombe auf mich geworfen! Also wenn der Typ nett und gut ist, cool! Dann hat er mich halt jetzt zweimal schon gekillt mit seinem bekackten Flugzeug! Dann sag ich danke, kein Interesse! Wenn ich echt respawn jetzt aber nicht hier! Oder ich bin da instant tot! Aber da bin ich gerne! Da bist du! Ich lieg direkt hinter dir! Nee, hinter dir! Da! Ich kann nichts mit dir machen! Du kannst nichts machen! Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll, Alter! Du bist... Du bist... Du bist aber tot! Hä? Soll ich dann raus und musst du mich wieder neu? Das kann ja nicht sein! Also ich komm ja sonst nicht! Verbuggt, ja! Den Bug hatte vor gestern auch! Ja, du musst gestern auch! Dann rejoinen mal! Ja! Dann geh ich beenden, ne? Ja! Dann musst du mich neu einladen! Okay! Ah! Befreit! Oh, schön! Okay, das ist noch ein blöder Bug! Kannst du mich... Achso! Jetzt kann ich dich wieder einladen! Alter! Wollen wir eine kleine Pause machen, Hauke? Bis wir was essen und dann weiterzocken? Okay, dann eine ganz schnelle Pause und dann... Warte, lass mich dich erst einladen! Ja, genau! Wir wissen, es geht! So! Ah! Bin ich schon drin? Hast du mich gerade eingeladen? Nee, bist du noch im Spiel, oder? Bin ich eingeladen? Ja! Shift F2! Da stand ein Fehler, ne? Nee! Doch! Da stand Fehler! Du hast eine Fehlermeldung bekommen! Hä? Nee, das hatte ich eben genauso! Bist du jetzt im Spiel? Drückt mal Escape! Wir fortsetzen! Krass! Ich kann ein eigenes Level erstellen! Brüder und Schwestern! Hä? Aber da stand gerade Fehler! Und dann hast du... Ich glaube, es ist komplett verbuggt einfach! Okay, du bist jetzt wieder am... So! Warte! Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund! Du musst sie da raus holen! Jetzt hab ich noch geladen! Shift F2! Ja! Und dann noch den Haken noch! Genau! Jetzt scheint zu gehen! Okay! Ich hoffe mal, dass du jetzt hier irgendwo spawnst! Okay! Partner ist gespawnt! Da bist du! Ah! Sehr schön! Okay, cool! Dann lass hier in die Kneipe gehen! Pause! Das haben wir auf der GameCamp gespielt! Okay! Geil! Wir pausieren kurz! Erst ein bisschen was! Und dann sind gleich wieder für euch da! 5 Minuten! Tschüss! 5 Minuten! 5 Minuten! 5 Minuten! Untertitelung des ZDF, 2020